Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der erste Monat im neuen Halbjahr ist angebrochen. Wie schnell ging bitte 2021 vorbei? Es war sehr viel los. Sehr, 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 sehr viel los. Und ich habe heute ein paar Monatsfavoriten für euch aus dem letzten Monat. Weil ich muss sagen, der letzte Monat war Make-up technisch super, super cool. Und ich habe einige Produkte aus der Drogerie, einige Produkte aus dem Heilbereich, die ich aktuell sehr, sehr gerne täglich benutze. Die möchte ich euch heute zeigen. Und ich hoffe, es geht euch gut. Es ist ein wunderschöner, übertrieben heißer Tag heute. Let's go. Ich glaube, es ist keine Frage, welche Foundation ich benutzen möchte. Die Huda Beauty Glowish Foundation hat mein komplettes Make-up-Game verändert. Da ist das Licht. Ich liebe sie. Ich bin der größte Fan davon. Ich weiß nicht warum, aber diese... Doch, ich weiß warum. Diese Textur und dieser Glow auf meiner Haut ist so wunderschön. Ich habe mir tatsächlich die jetzt nochmal in einer anderen Farbe gekauft. Ich hatte die ja in vier und ich finde, die ist so ein bisschen dunkel, wenn ich keinen Self-Tan drauf habe. Und ich mische mir daher immer die Charlotte Tilbury oder die normale Huda Beauty Foundation mit rein. Einfach um, ja, ein etwas helleres, aber ein bisschen neutraleres Ergebnis zu bekommen. Und diese Foundation, Freunde. Ja, ich habe sie euch jetzt in den letzten Wochen eigentlich nur gezeigt. Na ja, ist lange keine andere Foundation mehr getestet. Ich trage sie wieder auf einer halben Seite auf. Aber ihr kennt sie. Ich werde jetzt nicht so über die einzelnen Produkte reden. Außer wenn ich irgendwie noch eine neue Meinung zu Produkten habe. Aber ich glaube, die Meinung zu dem Produkt kennt ihr. Schaut mal, wie schnell und einfach die Haut einfach frisch aussieht. Farblich ist sie sehr gut. Sie hat so einen leichten grünen Touch, was aber aktuell so ein bisschen passt. Ich habe heute Abend wieder vor, auch ein bisschen Selbstbräuner zu benutzen im Gesicht. Dass das Ganze dann noch ein bisschen besser passt. Und ich weniger von der regulären Huda Foundation mit reinmischen muss. Die gibt halt natürlich nochmal Deckkraft. Aber wirklich, diese Kombi. Einzelne mag ich sie nicht unbedingt. Aber zusammen mit einer etwas helleren, matteren Foundation ist die einfach fantastisch. Ich blende dann einfach nochmal mit einem Beautyblender alles so ein bisschen ein und ein bisschen rüber. Dass das Ergebnis ein bisschen weicher wird. Ich habe nämlich einen neuen Konze... Also, der ist nicht neu. Der ist schon bestimmt 10 Jahre alt. Nicht das Produkt, was ich habe. Aber der Concealer an sich. Ich habe ihn aber neulich erst geschickt bekommen. Und ich mochte ihn eigentlich nicht. Lag aber daran, dass ich nicht genug Produkt rausgebracht habe. Aber es geht um den Nars Creamy Radiant Concealer. Jetzt habe ich aber diesen Stöpsel rausgenommen. Und der ist fantastisch. Schaut mal, wie viel Produkt da jetzt endlich dran ist. Perfekte Farbe. Das einzige Problem, was man dann hat, ist, dass halt immer das Produkt so ein bisschen rausquillt. Ist Verschwendung. Ich weiß, absolut. Aber das macht einfach ein... Ein wunderschönes Finish. Und ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt haben. Aber man müsste den Concealer gar nicht setten. Der settet sich tatsächlich von selbst, ohne dass er doll creased. Ich gehe natürlich immer mit so ein bisschen Puder rüber, um diesen Glow wegzunehmen unter den Augen. Ich finde, da ist Glow einfach immer ein bisschen fehl am Platz. So schön, wie dieser Concealer sich auf der Haut verbindet. Und ich hatte es euch neulich schon mal gesagt. Der ist so ein bisschen... Ich finde ihn fast noch schöner, wenn er ohne Foundation gesettet ist. Also, er sieht dann super frisch aus. Er sieht super natürlich aus. Und hält den ganzen Tag. Zum Setten benutze ich im Moment super gerne dieses Sensai Puder. Das hatte ich euch neulich gezeigt. Man braucht wirklich nur den kleinsten, kleinsten Müll. Ich nehme den Pinsel, lade den auf, gucke nach oben. Und gehe rüber. Und zack, es ist alles gesettet. Mit dem Rest, den ich am Pinsel habe, gehe ich einfach über das restliche Gesicht, um die Foundation so ein bisschen zu fixieren. Ich möchte mir aber diesen kompletten Glow eigentlich nicht wegnehmen. Ich arbeite das richtig intensiv mit dem Pinsel ein. Baken kann man damit auch. Mag ich tatsächlich damit aber nicht. Ich finde, das reicht so völlig aus. Ihr seht, es hat alles ausgeglichen. Es hat schön mattiert. Und ihr könnt es dann punktuell noch so ein bisschen an ein paar Stellen setzen, wo ihr noch ein bisschen mehr Deckkraft haben wollt. Also, ein super, super schönes Puder. Und es nimmt aber nicht diesen kompletten Glow weg. Das ist das Schöne daran. Ich bin ein ganz, ganz großer Idiot. Ich wollte nämlich noch ein Cream Blush benutzen. Egal, wir tun es trotzdem. Das sind die Puff Paints von Natasha Denona. In der Farbe... Das sehe ich gar nicht. Der helle. Steht nicht drauf. Ich gebe mir den hier hin. Und hoffe, dass es nicht die Foundation zersetzt. Deswegen nehme ich den Schwamm. Also, offensichtlich ist die Foundation weg darunter. Deswegen nehmen wir einfach eine neue Schicht Foundation. Oh Gott, das wird immer schlimmer. Help me. Jesus. Please. Äh. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Panik. Manchmal hilft Concealer einfach. Uuh. Glück habt. Manchmal muss man einfach ein bisschen mehr draufsetzen. Ist natürlich jetzt Cake Face 2000. Aber egal. Unter dem Auge ist es natürlich jetzt super, super viel. Jetzt können wir ihn ja wieder auftragen. Also. Ich nehme meinen Puff Paint. Der ist wunderschön. Ich habe es halt einfach nur gerade mies, mies in den Sand gesetzt. Und nehme mir hier so einen synthetischen Pinsel. Lade den in den Pinsel auf. Und dann gehe ich hier einfach rüber. Und dann habt ihr die Farbe. Sollte natürlich auch eigentlich nur so ein leichter Touch sein. Ich habe ihn auch noch in den anderen Farben. Ich finde, die Farbe passt aber aktuell ganz gut zu der Foundation Farbe. Muss ich sagen. Okay. Wir setzen das Ganze einfach nochmal. Und hoffen, dass ich jetzt nicht aussehe. Doch tue ich. Wie hat das willen? Naja. Ist halt eine Menge Concealer mit Puder gemischt. Aber ist okay. Wir kriegen das hin, sobald wir gleich ein bisschen Lidschatten benutzt haben. Ich wollte noch eine andere Sache benutzen. Und zwar dieses Ding hier von Rival Loves Me. Aus der Buhu Vibes Kollektion. Diesen Blush und Highlighter. Wenn ich das so ein bisschen hier mische. Ganz leicht. Eher den roten. Und dann hier einfach rübersetze. Look at that. Das gibt euch so ein richtig. frischen Summer Glow. Und hat halt so ein... Es hat halt diesen leichten Glow mit drin. Ich weiß nicht, ob es die eh noch gibt. Wahrscheinlich nicht mehr. Aber manchmal gibt es ja dann immer so Restposten. Und jetzt sieht das Ganze halbwegs akzeptabel aus. Wir nehmen gleich den Highlighter. Der ist ein bisschen intens. Deswegen setze ich ihn mir nur hier hin. Auf meine Augen. Und auf meine Nase. Und mit dem Rest dann einfach hier so ein bisschen rüber. Die Foundation ist natürlich an sich schon recht glowy. Zum Bronzen auch hier ganz klar diese Glowish Soft Radiance Bronzer. Ich habe den in der Farbe 2. Ich könnte ihn fast noch in einer... Ich könnte ihn fast noch in einer Stufe dunkler nehmen, weil er nicht ganz so dunkel ist. Aber der hat halt auch dieses nasse Finish. Sieht wunderschön aus, wenn ihr keine Foundation tragt. Oder halt wirklich nur diese Glowish Foundation benutzt. Das Schöne ist, der verbindet sich auch mit einer ungepuderten oder einer schlecht gepuderten Base sehr gut. Ist halt nicht so pudrig. Wenn ihr Probleme mit sehr, sehr trockener Haut habt, dann ist das der richtige Bronzer für euch. Weil er einfach so soft und creamy ist. Ich nehme jetzt nochmal mein Mikrofaser-Tool. Und gehe hier unter den Augen ein bisschen lang. Also ihr seht schon, das war jetzt mein Fehler. Aber ansonsten hier ist die Base Fresh. Für die Augenbrauen benutze ich hier von SheGlam diesen Augenbrauenstift. Der ist irgendwie... Weiß ich nicht. Ich mag den. Der hat halt beides so ein bisschen zusammen. Einmal hier diese klassische Augenbrauenstift-Form. Und auf der anderen Seite hat er so einen Filz-Liner, mit dem ihr einfach dann nochmal so ein paar Härchen mit reinziehen könnt. Das mache ich ja persönlich super gerne. Das ist halt eine recht maskuline Braue dann. Sehr bold, sehr bushy. Und das... Ich finde, wenn ich ein sehr, sehr weich gezeichnetes Gesicht habe, dann mag ich es persönlich, wenn ich meinem Gesicht nochmal so ein bisschen was Maskulines gebe. Und das sind halt in dem Fall die Augenbrauen. I love it. So seht ihr die Base auch nochmal von Namen. Abgesehen von unter den Augen. Nice. Wir benutzen für die Augen diese Nabla-Palette, die Cutie-Palette. Freunde, ich habe sie euch jetzt, glaube ich, schon zehnmal gezeigt. Aber diese Texturen sind einfach ultra schön. Und deswegen machen wir heute einen recht soften Look. Ich nehme hier einen fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Contact Sheet. Das ist hier so ein schöner Backstein-Ton. Und dann setzen wir den hier außen hin. Schaut mal, wie pigmentiert dieser Ton ist. Also einfach nur leicht rein. Und ihr habt sofort extreme Farbe auf den Augen. Ich nehme den selben Pinsel, gehe ganz leicht hier in Camera Roll und setze mir das noch hier außen hin. Um es hier ein bisschen dunkler zu machen. Und dann nehme ich meinen Finger, gehe in Overexposed. Boom. Schaut euch diesen Ton an. Einfach hier aufs Auge. Und da haben wir wieder den Maxim Giacomo Augenentzündung Look. Super einfach und super, super schnell. Ich wollte eigentlich noch diesen hier benutzen. Der ist aus der Rival Loves Me Happiness LE. Damit verdichte ich mir vorne nochmal so ein bisschen die Crease. Gibt nochmal so einen extra Cut und so eine extra Dimension und hält das Ganze noch ein bisschen auf. Und ihr habt einen sehr einfachen, schnellen, alltagstauglichen Make-Up Look mit ein, zwei Schritten gemacht, die innerhalb von zwei Minuten gemacht sind. Und das ist das, was ich im Moment bei Make-Up liebe. Vor allen Dingen bei diesem Wetter. Schnell, einfach und trotzdem Statement. Unten gehe ich ebenfalls in die Farbe Contact Sheet und gehe vorne in die Farbe 35 Millimeter. Für so ein leichtes Inner Corner Highlight. Brow Bone Highlight. Der ist so ein bisschen softer und so ein bisschen glitzriger und gibt nochmal so eine, schaut mal hier, seht ihr das, so eine extra Dimension ins Auge. Könnt ihr auch schön auf der Nase benutzen, so als Nose Tip Highlight. Und in die Wasserlinie gebe ich hier von Nabla den Cupid's Arrow in diesem schönen Bordeaux-Ton. Der ist ultra creamy und das intensiviert den Blick nochmal. Und dann, Freunde, ich drehe dieses Video vor. Es ist heute Dienstag. Am Freitag ist es soweit. Und meine ersten Produkte mit meiner eigenen Marke, Maxim Giacomo Cosmetics, sind endlich da. Ich weiß nicht, ob es noch welche gibt. Das ist so ein bisschen schwierig, das im Vorhörer auszudrehen. Falls nicht, vielen herzlichen Dank. Ich schaue mal, dass ich eventuell ein Restock noch hinkriege. Falls ja, das sind meine beiden Schätzchen. Ich möchte heute für diesen Look auf jeden Fall die intensiveren Lashes benutzen. Und zwar den Style 100K. Der ist vierdimensional und geht einfach in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen. Und jetzt kann ich euch auch endlich das Packaging zeigen. Es hört mir, wie süß es aussieht. Während die Lashes gerade so ein bisschen antrocknen, trage ich mir was auf die Lippen auf. Und zwar ist das neu. Das ist von Fenty, die Heat Gloss Bombs. Die gibt es tatsächlich aktuell nur in dieser einen Farbe. Aber das ist so ein schönes... Ja, so rot ist es gar nicht. Es hat aber eine gute Farbe. Das gibt euch diesen Plumped-Lip-Look. Also da ist so ein bisschen, ich glaube, Kapsapsin, Kapsipsin, Kaps... Schellie drin, was die Lippen so ein bisschen plammt. Und das ist halt extrem Gloss. Also Fenty hat die krassesten Glosse, finde ich. Ich liebe die im High-End-Bereich halten, schön schmecken. Ich würde es gerne essen. Es ist so ein bisschen schärflich, es pritzelt so ein bisschen. Das ist aber tatsächlich das Ziel von diesen Plumping-Produkten. Ich nehme noch ein bisschen Mascara, um meine Wimpern mit den Fake-Lashes zu verbinden. Und that's the look for today. Hey, Freunde, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich bin gespannt, was eure Monatsfavoriten diesen Monat war. Schaut gerne bei mir auf der Webseite vorbei. Vielleicht ist noch was da. Falls nicht, I'm sorry, schreibt mir gerne, ob es ein Restock geben soll mit den Produkten oder anderen Produkten. Was alles passiert ist, warum es so passiert ist, wie es passiert ist, seht ihr ganz, ganz bald. Ich arbeite gerade, ich warte noch auf das Go von meinem Anwalt, aber guess what? Everything is happening for a reason. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr heute mit dabei wart. Habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns hier ganz bald wieder. Passt auf euch auf!